Sie gehen über Leichen, denn ihr Geschäft ist der Weiße Tod, die Organisation. Unser Lager in San Francisco ist von Unbekannten ausgeraubt worden. Sämtliche Vorräte sind verloren. John Bishop liquidiert. Sie sah furchtbar aus. Ich habe die Leiche gesehen. Sie ist von einem Spezialisten gefoltert worden. Nur ein Mann stellt sich gegen sie. Er riskiert alles. Seinen Job und sein Leben. Als der Himmel einstürzte, wo waren sie da? Sie bringen die Abteilung in ein verdammt schlechtes Licht. Haben Sie doch mal den Mut, die Wahrheit zu sagen. Vorläufig sind Sie suspendiert. Sidney Portier in die Organisation.